Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Guten Morgen, Schatz. Guten Morgen. Das war eine Nacht gestern, oder? Dieses Kribbeln im Bauch, ich werde es nie vergessen. Das war echt schön. Ich habe noch nie erlebt so etwas. Aber ich stehe auf solche ausgefallenen Sachen, echt. Es gibt mir einfach den Kick. Es ging ziemlich schnell alles. Ja, aber ich bereue absolut gar nichts. Ich finde es echt wunderschön. Und ich finde, wir sollten es heute Abend auf jeden Fall wiederholen. Ich wüsste auch schon, wenn wir heute nehmen können. Echt? Aber... Vorher entsorgen wir mal den ersten. Bitte. Exactly. Drei! 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 Untertitelung des ZDF, 2020